Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. So reagierten Köln 50 667 Stars auf Lou und Pascals Baby. Die Köln 50 667 Familie wächst. Die Lea-Darstellerin Luise Isabella Matteo CZ Psilunka und der ehemalige Serienstar Pascal Zardo, 24, bekommen zusammen ein Baby. Diese schöne Nachricht teilten sie vor rund zwei Wochen mit ihren Fans, die sich natürlich riesig für die werdenden Eltern freuen. Doch wie haben ihre Köln 50 667 Kollegen eigentlich auf die Baby-News reagiert? Und wem haben Lou und Pascals persönlich erzählt? Im Pärcheninterview mit Promiflash verrät die Mami in Spee, meiner Serien-WG, also Joe Zorzetti, Sophie Immelmann und Amanda Berlitzis, denen habe ich das natürlich erzählt. Die sind total ausgeflippt und haben sich riesig gefreut. Weiter schildert Lou, Sophie hat sogar ein paar Trennchen verdrückt, die konnte es überhaupt nicht glauben. Auch Pia und Caro und so. Die haben sich ultra für uns gefreut. Das war sehr schön. Der ehemalige Luca-Darsteller ergänzt im Interview, ich habe noch viel Kontakt zu Patrick Beinlich, dem habe ich das direkt erzählt. Der hatte sich aber schon irgendwie gedacht, er meinte nur, sag es, ich will es aus deinem Mund hören.